Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Farquay 3. Jawohl, ich gehe jetzt mal da unten hin. Habe letztes Mal gesehen, dass man hier vielleicht Tapien fährt. Ist das hier Tapien? Ich weiß es nicht. Ähm... Habe jetzt auch noch ein bisschen mehr aufgenommen. Also, ob das jetzt alles so richtig ist, weiß ich auch noch nicht. Wir gehen da jetzt mal hin. Okay, jetzt haben wir auch, ähm... Monikov. Und da können wir halt auf MP5 wechseln. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Munition. Dann müssen wir das Ding gleich wieder irgendwo hin zurückbringen. Das werden wir uns gleich mal angucken. Gehe zu Medusa. Nein, wir wollen hier Tapien suchen. Jedenfalls haben wir hier schon wieder Gegner. Du musst ja andere Penner. wohl. Ja, du stirbst. Und? Geh dir ein Kotelett braten, du Arsch. Geh dir ein Kotelett. Geh dir ein Kotelett braten, du Arsch. 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 Alter, wie viele kommen denn da noch, Leute? Geh dir ein Kotelett braten, du Arsch. 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 Wir durchsuchen erstmal hier alles. Ich glaube, die haben Probleme mit Löwen oder sowas da. Hehe. Hallo. Ja, die werden gerade aufgefressen. Wir laden nach. Ja, äh, Tapienfell haben wir gekriegt. Dann gehen wir das mal herstellen. Und gucken, was wir mit einem Tapienfell-Schweineleder... Uh, dafür kriegen wir noch eine größere Brieftasche. Herstellen. Jawohl. Ähm. Ein Beuterucksack. Zwei Tapienfell. Also wir brauchen noch eins. Ich hoffe jetzt nicht, dass hier irgendwo der Löwe ist. Kleines Arschloch. Wo ist das Mistvieh hin? Ach Leute, kommt! Die Viecher halten auch so viel aus, dass man, äh... Arschloch. So, wo war jetzt hier das Tapienfell? Da. So, erstmal einen größeren Rucksack hier, Leute. Das kann doch auch nicht sein. Robuster Rucksack. Jawohl. Wie viel kriegen wir denn? 48. Cool. 48 Slot-Rucksack. Danach kommt ein starker Rucksack. Da brauchen wir vier. Dingo-Felle. Dingo-Felle. Dingo-Dingo-Felle. Jawohl. Haben wir uns jetzt wenigstens mal... Ja, können wir noch in... Herstellung, wenn wir jetzt hier gerade bei den Tapien sind... Brieftasche. Brauchen wir nicht. Okay. Beuterucksack haben wir gerade. Spritzentasche. Schweineleder. Ja gut, das ist erstmal unwichtig, würde ich sagen. Okay. Dann können wir uns jetzt... Ähm... Ein Fahrzeug nehmen. Ja, der hier ist. Muss repariert werden. Ja, wie kann man denn das? Kann ich vielleicht noch nicht. Bin ich vielleicht noch nicht begabt genug für. Ab geht's. So. Ich hab ja gesagt, wir machen uns jetzt erstmal... Aber eigentlich kann man ja auch hier die Schnellreise nehmen, ne? Wir nehmen uns jetzt mal die Schnellreise. Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit der Schnellreise. Richtig. Werden wir gleich mal sehen. Naja, wir laufen mal gerade zu Fuß ins Dorf. Ich glaube, dass das schneller geht. Was ist denn da vom Wasser? Geile Sache, Parker. Ja, wie geil ist das denn? Geht das echt? Ja. Haha, wie geil. Yeah. Lass abgehen, Parker. Na ja, erstmal die Aufgabe hier... Ey, ich könnte hier nur rumspielen, Leute. Echt. Erstmal wieder zurück an die... Aufgabe. Ich spiele einfach zu viel rum, glaube ich, in dem Spiel. Das ist ja gar nicht unterhaltsam für euch. Hahaha. Ich gehe mal zur Schnellreise. Ähm... Da ist die Tussi. Noch einmal draufklicken. Munition. Inventar vollkaufen. Jawohl. Dankeschön. Ja, doch die... So, und wie... Hier in meinem Haus ist das mit der Schnellreise. Und wo geht das? Geht das hier? Ja, hier kann ich Schnellverkauf machen. Ja. Sonst nichts. Wie geht denn das hier mit der Schnellreise? Muss ich hier nur drinnen stehen und dann da draufdrücken? Wir haben das ja ganz am Anfang gemacht. Ah, Schnellreiseort. Jawohl. Ja, supergeil. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Ja. Wir wollten diese Mission dann noch annehmen. Genau. Äh... Ausgang. Ah. Ja, das Dorf hatten wir ja schon komplett eingenommen. Stimmt, ja. Und da haben wir die nächste Aufgabe. Und die werden wir in dem nächsten Video auf jeden Fall dann lösen. So. Piraten in der Nähe einer heißen Quelle. Er... Die drinnen und töten ihn mit einem Messer. Immer mit einem Messer, Leute. Ist ja irgendwie langweilig. Wo ist denn der Penner? Ja. Na ja, komm. Das machen wir ja in diesem Video noch. Okay, also ich sollte auf jeden Fall die Nebenmissionen immer mitmachen. Denke ich zumindest. Okay, wir verstecken uns jetzt erstmal hier. Nehmen wir uns jetzt erstmal das Fernglas. Da ist der Kommandant. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Da auch. Okay, wie kommen wir an den ran, sodass die anderen uns nicht sehen? Mal gucken, wie der läuft. Okay, mit dem Messer sollen wir den töten. Kann der sich nicht irgendwo da weiter hinstellen? Möchte ihn ja aus dem Wasser töten. Möchte, wie läuft der denn? Erstmal ein bisschen seinen Weg betrachten. Da können... Nee. Okay, wie macht man das? Das brennt wie Feuer, wenn ich pisse. Ja, wie geil ist das denn? Ich würde mal sagen, da hast du dir irgendwas weggeholt, Alter. So, den hab ich. Nein! Warum hat er den denn nicht gepixert? Oh, ich bin so doof in diesem Spiel. Ah, das kann doch nicht sein, ey. No, nochmal. B drücken. Äh, nee. Da. Kommandant. Den, den. Einer fehlt. Da. Da. Dankeschön. Warum legt der sich eigentlich nicht hin, der Parkpenner? Ich hab keine Ahnung. Und wenn ich jetzt schieße, dann kommt der, dann kommt der. Das ist keine gute Idee. Ja, dann kommt der. Wenn ich einfach reinlaufe und steche ihn mit dem Messer, ja, dann hab ich ihn zwar down, aber ich auch. Ich weiß es doch nicht. Ach, komm hier. Fick die Henne, Alter. So. Macht's euch selber. Hahaha. Leute, was für eine Aktion war das jetzt, bitteschön, ey. Pfff. Mama mia. Ja, anders ging es nicht. Das war jetzt die einfachste Methode. Ich brauch unbedingt ne Waffe mit Schalldämpfer, dass man Leute ausschalten kann, ohne dass die anderen das unbedingt mitbekommen. Ich glaube, das wäre am einfachsten und am sinnvollsten. Mal schauen, was wir in dem nächsten Video auf jeden Fall machen. Wir reisen erstmal zurück ins Lager. Und dann sehen wir weiter. Oh Mann, wie geil, Leute. Echt, wie geil. Ähm. Ja, wir reisen. Was ist das denn hier? Verschlossene Expedition. Wir gehen erstmal, reisen jetzt erstmal zurück. Ach, scheiße, was mach ich denn? Ins Hauptlager. Okay. Und ich sage vielen Dank fürs Einschalten bei Farquay 3. Ja, so kann man die Leute auch eliminieren. Einfach reinrennen und Action machen. Ja, haben einen auf jeden Fall nicht gekriegt. Es war auf jeden Fall Spaß. Ich bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.